Mein Name ist Bert Schöpf und ich arbeite seit circa vier Monaten bei der Firma AstraZeneca als Key Account Manager im Außendienst. Ich bereue die beiden Produkte für das nicht kleinsellige Bronichalkarzinom und besuche täglich die Onkologen und Pulmologen in den Spitälern in ganz Österreich. Ich habe Pharmazie in Innsbruck studiert und habe danach meine Dissertation im Bereich Genetik und Genomik gemacht, bevor ich in die Pharmaindustrie gewechselt bin. Einen Job in der Pharmaindustrie kann ich allen Pharmazeuten und wissenschaftlich interessierten Persönlichkeiten nur empfehlen. Die Arbeit ist abwechslungsreich, spannend und bietet sehr viele weitere Entwicklungen für eure Karriere. Es wird sich definitiv lohnen für euch am 28. April unseren Stand zu besuchen und um ein Uhr zu unserem Vortag zu erscheinen. Ich wünsche euch viel Glück, toi toi toi!